hallo und willkommen zurück auf bei nacht ist hier der röckling das was so ein bisschen auffällt sind überall blauen murmeln ich glaube wir müssen bei nacht mal zum dorf müssen wir uns hier oben noch mal um das ist eigentlich eingezeichnet dann wir finden uns ja jetzt hier oben hallo hier ist nichts weiter ich wusste es ich wusste es so sehr die excremente ne ich brauche keine kaka ja wusstest du elendiges ungeheuer tiervieh ich brauche irgendwie infusionen knochen oder irgendwas aha hier da ist die blaue murmel wahrscheinlich muss ich der folgen aber erstmal brauche ich irgendwas um mich zu heilen hallo nehmen wir erstmal mit nacht haben wir knochen müssen hier auf der karte eh noch rotums machen hätte gerne knochen hätte ich noch gerne irgendwas in richtung knochen jo kriegen wir gleich hin habe ich nicht noch mehr äh trinken mhm aber ich hätte ja gerne noch irgendwie was im bereich knochen gehen wir zurück zum dorf und versorgen erstmal oh paranus so ich nehme schon mal wasser mit merkwahl im dorf brauche ich mich erstmal nicht anstellen oder ein feuer bauen ich habe alles da ich habe auch wetter da ich musste mich erstmal kochen ich hätte auch gerne knochen noch eine schöne investition kein plasma bruchzack ah lässt sich ändern na eine reicht erstmal jetzt müssen wir irgendwie nur noch an knochen kommen wir brutzeln erstmal wir brutzeln erstmal ja zeig mir den hintern hallo ich brauche mal dringend eure Hilfe ich bin leicht vergiftet ne ja ja und mit der Ruhe halt Lebensmittel vergiftet das erstmal nicht schlimm gehen wir uns da rein Kursion getrunken. Können wir denn noch irgendwas anderes kochen? Einmal dich, einmal dich, essen, essen, jetzt gehen wir schlafen. Wir haben uns den Sud gekocht da draus, finden wir also den Übergang zur nächsten Karte. Wir schlafen gleich einmal durch, dann hauen wir uns morgen das ganze Zeug rein in unseren Körper. Das ist ja jetzt drei Tage. Kann ich da was daraus vielleicht eine Tabakblüte kochen? Die kann ich aber so einpflanzen. Okay. Du müsstest ja wieder schlafen. So, nun bis dahin. Jetzt wird es weh, es ist hell. Okay. Einen Tag. Wir ziehen uns erstmal das rein. Musik ist so friedlich hier, ne? Zack. Muss man gleich mal gucken was wir alles brauchen. Zack. Zack. Schütteln. Schütteln. So. Äh essen. Essen. Essen, essen, essen. Gut. Sehr gut. Ein bisschen was zu essen habe ich noch bei. Da muss ich aber die Fotos nochmal angucken. Ah. Wird wahrscheinlich auf der Insel sein. Kommen wir da so hin von hier an der Seite? Ja. Wieder Zeug dabei. Ah. All Zeug. Hey, kommen Sie. Ah, wenn wir schon mal da sind, gleich noch ein paar Bananis in den Kofferraum packen. Gehen wir mal auf die Insel drauf. Was ist die Insel? Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Da ist ein Totem. Wollen wir das erstmal bauen? Zumindest werden wir erstmal sauber. Wir bauen erstmal das Totem. Das ist ja relativ schnell gemacht. Wir haben jetzt Zeit. Oh, fettiges Zeug. Überlegen, ob ich hier auch einen toten Tukan mitnehme, weil das Zeug läuft nicht ab. Eine Feuerstelle haben wir ja. So, was brauchen wir denn für das Totem hier? Erstmal einen langen Stock. Oh, komm. Was hauen wir jetzt weg? Wir werden jetzt nicht so viel weghauen. Oh. Oh, wichtig. Her. Her. Meins. Meins. Ach komm. Was soll der Geilste sein? Hau mal so eine kleine weg. Hier, so eine. Habe ich einen Steinbein? Erst auch große Klappe und dann kein Steinbein, ne? Ja, ja. Und kein Holz. Und wieder gar nichts. Naja, wir sind ja nicht mitten im Dschungel. Hier sollte es ja sowas geben. Oh, ich höre was. Oh. Ach, ein Armeisenbär. Los. Ähm. Ja, sammeln. Steine, aber kein Holz. Ich habe gerade kein... Ah, ah. Moment. Äh, sammeln. Äh, nein. Das war falsch. Aber wir können... Wir können dich schon mal mitnehmen. Vielleicht finden wir jetzt noch irgendwie Holz. Oh, ich hab's... Ich hab's gerade zerstört. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, ein toter Tukan. So, Essen haben wir auch schon mal bei. Lachen nur noch beraten. Och, öffne ein Stück Holz. Wisse. Bei meinem Baumhaus, da kann ich mich totschmeißen mit Holz. Aber hier, äh... Nö, tote Maus. Hm. Da kann ich mich... Schmeißen mit Holz. Mit Stöckern und was da rumfliegt. Aber hier, äh... Nö, nein. So, dann gehen wir mal kleine Stöcker sammeln. Vielleicht finden wir ja noch was Großes. Tote Kröte, hier ist alles tot. Gut, damit ich, dass hier noch kein Krokodil angeschissen kommt. Ich brauche trotzdem ein Stück Holz. So, ja, dann. Ähm... Herstellen. Machen wir mal einen Stein drauf. So, das sollte reichen. Äh. Jo. Das hier hört sich an, ne? Hier, Knochen. Tapir-Schädel. Ein Tapir-Schädel. Habe ich Tapirs hier in der Nähe? Ich habe einen Ameisenbär. Mal gucken. So ein dreckiges Vieh. Was ist das? Ich muss auf Tapir-Jagd gehen. Sollte hier welche geben? Weiß ja wusste, welche gibt er. Das ist ja wieder ein weiter Weg. Ich gucke mal, ob es hier in der Nähe was gibt. Okay. So. Da ist das Loch. Da komme ich zur nächsten Karte. Das habe ich doch schon, oder? Eins, zwei, drei, vier, Karte, fünf. Gibt es jetzt kein Tapir, oder wie? Gibt es jetzt wieder wirklich zurück? Hm. Unangenehm. Ne, muss ich hinten irgendwo hoch. Da ist ein Tag hier. Ich habe was gefunden. Tag, das Fleisch nehme ich mal mit. Und sind garantiert gleich eiskalt. Überladen. Jawohl. Hier ausnehmen, plus eins. Ich höre da was. Den höre ich ja gespannt zu. Aber es knurrt nicht. Oh, noch Federn. Vielleicht zum Dorf zurück und das Fleisch kochen. Graten, was auch immer. Aber erst mal Federn. Habe ich die Tukern bei? Ja, okay. Sammeln. Können wir doch schwimmen? Mit dem Gewicht? Ja, schwimmen geht schneller, als wenn ich rumlaufe. Außerdem werde ich sauber. Sauber sein, Fetz. Oh, da machen wir uns nochmal einen schönen Fleisch eintopfen. Und von hier rüber, okay. Muss es ja noch irgendwas geben. Fleisch braten, Fleisch eintopfen. Das ist gut, dass wir brauchen uns das Feuer nicht kümmern. Ab hier gibt es immer eine Menge Fleisch. Wird den Dorfbruch dann ja auch was abgeben. So ist das nicht. Bin da ja ziemlich offen. Oh, meine Schüssel. Zack, zack. Deut sich Putin und Arsch voll fett. Ich habe kein Wasser mehr. Das wäre so geil, wenn man sich da so den Kram abfüllen könnte, ne? Sagen kann, hey, ich brauche mir da einen Sud. Komm rein damit. Rein damit. Was bitten? Ne, kann man sich die abfüllen. So, die halten noch zwei Tage. Einen Tag. Lassen wir essen. Halt nur ganz so lange mehr, ne? Da kommen sie. Da muss ich vielleicht super erstmal hier drauf liegen, oder? Na komm, rate, fertig. Euer Freund, rate. Zack, das lassen wir erstmal liegen. Immer ein paar Minuten, so ist es nicht. Der Tag wieder endet. Wir lassen es erstmal liegen. Das Rotom haben wir fertig. So müssten wir ja bei 400 sein, ne? Journal. Hier, zack, bei 400. Hier kommen wir ja... Hier kommen wir hier rüber. Die Karte noch ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Ist das Wasser sauber? Unsicher. Guck hier, ein Pace-Steine. Geil. Hier ist ja eine Kante eingezeichnet. Hier. Man kann ja von da vorkommen. Guck mal. Was ist denn du? Wie kann das sein, dass ich dich noch nicht habe? Hier oben rauf kommen. Oh, gucken wir uns hier mal wieder um. Fleischsuppe haben wir ja. Also etliches an Fleischsuppe. Das Totem haben wir fertig. Ich laufe jetzt einfach. Egel. Egel. Wo seid ihr? Ich will euch nicht haben. Ihr seid furchtbar. Ihr geht mir... Ich bin auf die Ketten. Das müsste ich ja an sich ja nach Süden laufen, ne? Ja. Oh. Fleisch und Federn. Das Spiel lernt uns viel. Ein fehlverpacktes Fleisch ist unbegrenzt haltbar. Hier waren wir ja schon. Da müsste es jetzt runter gehen. Ja, ja. Ja, ja. Hier kommen wir ja... Ob wir hier auch das... Äh... Wusste. Ich habe was gesehen. Ich habe den Wächter fertig. Oder? Können wir ihn auf der Karte schon sehen? Irgendeine Karte vielleicht? Nö. Wälde Affenstatue her und bringe sie zum Geh. Finde einen Weg, um den Geist zu befreien. Hier, jetzt kann ich eine Affenstatue herstellen. Was kann ich eine Affenstatue herstellen? Bestimmt muss ich dann wieder nach Hause zu meinem... Ähm... Sünderfseuren reiche ich? Nicht einmal hoch. Hier. Komme ich denn hier auch wieder hoch? Oder kommt... Ist das so ein One-Way? Ich bin bereit. Ich habe ich bereit. Also war ich schon mal hier. Okay. So, dann komme ich da oben raus. So, ich bin hier. Hier. Dann muss ich noch da und da. Irgendwo da unten hängt eine blaue Murmel. Da siehst du, glaube ich. Da hängt sie. Da hängt er schon. Gut, jetzt die Sache. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Kann ich von da? Wahrscheinlich auch nicht. Ah, jetzt muss ich ja irgendeinen Weg nach... Ich muss ja wieder irgendeinen Weg nach oben geben. Ich möchte gerne wieder zurück zum Dorf. Ja, komm. What? Genau. Genau. Ich werde jetzt erst mal die Karten so ein bisschen erkunden. Nehme mal mit. Ah. Gemein. Da war nichts drin, ne? Das Spiel mobbt mich wieder. Äh. Den Pilz. Bisschen Glück, dass mich das Vieh nicht erwischt hat. Der leine Affenstatue her. Dazu müsste ich zurück. Gehen wir aber erst mal nach da. Wie bekannt. Keinen Bock hab hier im Dunkeln. Vielleicht muss ich auf der nächsten Karte noch weiteres finden. Damit ich die Karte, Karte 5 überhaupt erreiche. Man könnte jetzt auch Schritt vor Schritt vorgehen und sagen, ich stelle jetzt erstmal die Affenstatue her. Da wir ja einen Shortcut jetzt haben, sind wir ja leichter jetzt hier hin. Da muss ich die Affenstatue hinstellen. Erfordert Ton. Und Krallen. Krallen. Wo krieg ich denn Krallen her? Wahrscheinlich vom Ameisenbären. Gut, Leute. Und mit. Da ist noch eine. Staturen. Mehrere Mähne. Aha. Da muss noch eine. Drei Stück. Wahrscheinlich muss ich dazu. Ballen. Mähne. Und was jetzt? Augen. Drei Stück herstellen. Ruhm können wir drüben machen. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, das machen wir. In der nächsten Folge. Und ich sage immer jetzt. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.